Mein Name ist Jürg Matter und neben mir steht Brigitte Rohrbach. Wir sind beide in der Arbeitsgruppe Planung und Umwelt von der SP Wetziken. Wir sind froh, dass es nach über einem Jahr die Vorbereitung gelungen ist, hier auf diesem Platz einen grosschronigen Baum zu setzen, und zwar ganz im Sinne des neuen Raumkonzepts, das die Stadt Wetziken genehmigte hat. Wir möchten auch den Migros herzlich danken, dass sie sich für das bereit erklärt haben und uns entgegengekommen sind. Wir hoffen natürlich, dass der Baum sich wunderbar entwickelt und eine grosse Kronen bekommt und vor allem soll das ein Beispiel für die Stadt Wetziken und für die Stadtverwaltung und der Stadtrat, dass man merkt, dass man in Wetziken noch ganz viele solche Bäume pflanzen sollte.